Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Maximilian Neum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Bayerischen Landtag, in dem es heute um die Frage von der Andrea aus Regensburg geht. Die Andrea hat mir geschrieben, weil sie in der Zeitung gelesen hat und im Fernsehen gesehen hat, ich hätte mich, man ist fast geneigt zu sagen, mal wieder mit der CSU angelegt, mit unseren Koalitionspartnern innerhalb der Bayern-Koalition und jetzt möchte die Andrea von mir wissen, um was ging es denn da, worüber habt ihr euch denn gestritten? Ja, lieber Andrea, das erkläre ich gerne vielleicht zunächst inhaltlich, worum es gegangen ist und zum zweiten auch, warum ich mich diesmal tatsächlich geärgert habe und deshalb auch gegenüber dem ein oder anderen Medium etwas deutlicher geworden bin, als das sonst meine Art ist, deshalb, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es an dieser besonderen Stelle auch einmal so angezeigt war. Worum ging es also? Was war die inhaltliche Auseinandersetzung? Eigentlich ging es um zwei Dinge, die wir Freie Wähler gerne als Dringlichkeitsantrag in den Bayerischen Landtag eingebracht hätten. Dafür gibt es eine Zustimmungspflicht unserer Koalitionspartner. Diese Zustimmung ist ausgeblieben, sodass wir die Dinge nicht im Sinne der Menschen Bayerns aus unserer Sicht auf den Weg bringen konnten. Zum einen ging es um die Frage der Fortführung der Maskenpflicht an bayerischen Schulen und da sind wir Freien Wähler fest davon überzeugt, dass einerseits die Inzidenzen zum Glück, Gott sei Dank und auch dank der Mitwirkung der Menschen in unserem Land und der Maßnahmen unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU endlich zunehmend dynamisch sinken, dass das Infektionsgeschehen also sehr niedrig ist, teilweise sogar bei Null-Inzidenz angelangt ist, den Mann und Landkreisen und das zeigt gleich in dieser Kalenderwoche, mir geht es hier im Bayerischen Landtag auch so, die Temperaturen durch die Decke gehen, wir über 30 Grad messen, heißt also niedrige Inzidenzen, hohe Temperaturen und trotzdem ist noch die Situation gegeben, dass unsere bayerischen Schülerinnen und Schüler am Platz in der Schule bei mehr als 30 Grad die Masken zu tragen haben, obwohl das Infektionsgeschehen niedrig ist und obwohl sie ohnehin zweimal die Woche auf eine mögliche Covid-19-Infektion getestet werden. Wir Freien Wähler sind gemeinsam mit anderen Landesregierungen in Deutschland der festen Überzeugung, dass das jetzt nicht mehr verhältnismäßig ist und wollten deshalb mit sofortiger Wirkung die Maskenpflicht am Platz in der Schule abschaffen, sodass man zwar geschützt durch das Schulgebäude geht mit Maske dort, wo die Abstände nicht gewahrt werden können, aber dann am Sitzplatz doch bitte wieder in der Lage ist, dass es bitte wieder erlaubt ist, dann auch die Masken abzunehmen, sodass man nicht bei über 30 Grad mit dem Schweiß, der drunter draus droppt, sechs Stunden in der Schule mit der Maske am Platz sitzen muss. Das war leider mit unseren Koalitionspartnern nicht möglich. Zu Beginn der Woche sah es so aus, als ob auch die CSU-Landtagsfraktion das wollte. Offensichtlich gab es dann eine Art von Intervention aus der Staatskanzlei. Jedenfalls war es nicht mehr möglich, das gemeinsam auf den Weg zu bringen. Bayern-Schülerinnen und Bayern-Schüler müssen jetzt draußen schwitzen bei über 30 Grad an ihrem Platz mit der Maske im Gesicht an der Schule. Erstes Ärgernis. Das zweite Ärgernis betrifft die Grenzen für Veranstaltungen im Bereich von Kunst und Kultur und auch beim Amateursport, insbesondere unter dem Eindruck der Fußball-EM. Denn es gibt ja da diese von mir schon vielfach kritisierte Lex-Fußball, die dazu führt, dass 14.500 Menschen in der Allianz Arena Fußball schauen dürfen, weil unten jemand Fußball spielt. Würde unten jemand singen oder würde unten jemand Theater spielen, dann wäre nach derzeitiger Rechtslage nur 500 Menschen erlaubt, obwohl es Corona natürlich völlig egal ist, ob man sich ein Fußballspiel anschaut, ob man Kunst und Kultur beiwohnt, ob man Fußballer ist, eine andere Sportart ausübt, ob man Amateursportler ist oder Profisportler, ohne jede Relevanz für das Infektionsgeschehen. Trotzdem diese Lex-Fußball, aber weiterhin schauen die Künstler, die Kulturschaffenden in die Röhre. Auch damit wollten wir Freien Wähler ein Ende machen. Wir wollten, dass wir uns zukünftig bei der Zulassung von Veranstaltungen nicht mehr an diesem Kriterium 500 Zuschauer orientieren, sondern an der Frage der Flächenverfügbarkeit, sodass dort, wo gute Hygienekonzepte vorherrschen, dort, wo viel Platz ist, wo der Abstand eingehalten werden kann, mehr Menschen eine Veranstaltung besuchen können, als dort, wo es eben eng zugeht und wo man vielleicht trotz geringes Infektionsgeschehen noch etwas stärker aufpassen muss, noch etwas genauer hinschauen muss. Aktuelle Lage jedenfalls absurd, 14.500 beim Fußball, ansonsten nur 500 in der gleichen Räumlichkeit oder 500 im kleinen Hinterhof, Theater, Outdoor, aber auch nur 500 bei Kunst und Kultur würde es in der Jans Arena stattfinden. Das sind genau die Strukturbrüche, die es gab auf dem Weg hinein in den Lockdown, die gibt es auch wieder auf dem Weg raus aus dem Lockdown und wir sind nach festen Überzeugung von uns Freien Wählern wohl beraten, dafür zu sorgen, solche ja unverständlichen, nicht vermittelbaren Regelungen schnellstmöglich aufzuheben, um Gesellschaft zusammenzuhalten, um Ungerechtigkeiten auszuräumen und dafür zu sorgen, dass die Menschen weiterhin noch gut mitmachen auf den letzten Metern im Endspurt raus aus dieser Pandemie. Wir hätten also gerne die Maskenpflicht an den Schulen zum Fallen gebracht und wir hätten gerne weitere Lockerungen auf den Weg gebracht für Kunst- und Kulturschaffende, auch für den Amateursport. Beides war nicht möglich, weil unsere Koalitionspartner, weil die CSU-Regierungsfraktion sich nicht zu einer Zustimmung durchringen konnte. Das ist normales politisches Tagesgeschäft, man hat verschiedene Positionen, so ist es dann manchmal. Warum also habe ich mich diesmal und vor allen Dingen worüber habe ich mich diesmal so aufgeregt? Aus zwei Gründen, liebe Andrea. Zum einen deshalb, weil ich fest davon überzeugt bin, nach allem was ich so höre, dass man auch in der CSU selbstredend davon überzeugt ist, dass die Maskenpflicht an den Schulen jetzt keinen Sinn mehr macht und dass man natürlich auch in der CSU-Regierungsfraktion zwischenzeitlich erkannt hat, dass es jetzt Zeit wäre, nicht nur den Fußballer einseitig zu protegieren, sondern dass das, was für den Fußball gilt, auch gelten muss für Kunst, für Kultur, für den Amateursport, für andere Sportarten. Und trotzdem hat die CSU verhindert, dass der Bayerische Landtag das mit sofortiger Wirkung beschlossen hat, obwohl sie zunächst selbst Anträge in diese Richtung stellen wollte. Und meine Erklärung dafür ist, dass es wohl irgendeine Art von Intervention gegeben haben muss, die dazu geführt hat, dass die CSU ihre eigenen Anträge nicht mehr gestellt hat. Eine Intervention womöglich aus der Staatskanzlei. Und das ist natürlich was, was mir als parlamentarischer Geschäftsführer dann das Herz bluten lässt. Wenn zwei Regierungsfraktionen mehrheitlich der Auffassung sind, bestimmte Dinge sind zu machen, dann brauchen sie dafür nicht um Erlaubnis der Exekutive ersuchen, sondern dann muss das so umgesetzt werden, der Souverän ist der Bayerische Landtag und der Bayerische Landtag ist keine nachgelagerte Behörde der Staatskanzlei. Hier spielt die Musik, hier sind die demokratisch legitimierten Politiker und ich würde mir schon wünschen und unser Selbst- und Parlamentsverständnis als Freier Wähler ist das jedenfalls, dass sich die Regierungsfraktionen im Hohen Haus, im Bayerischen Landtag, als Taktgeber der Bayern-Koalition, ja als Taktgeber der Staatsregierung, der Exekutive verstehen und nicht nur als Befehlsempfänger, als Mehrheitsbeschaffer, die immer dann die Hand heben, wenn Dinge beschlossen werden sollen, die die Staatsregierung gerne hätte. Mit anderen Worten, wir wollen also Politik machen und wollen uns nicht beim Politikmachen blockieren lassen, wollen nicht uns nach der Exekutive richten, sondern aus dem Parlament heraus gestalterisch tätig sein, das ist das eine Ärgernis und das zweite Ärgernis, liebe Andrea, das war dann tatsächlich die Reaktion des CSU-Fraktionsvorsitzenden auf meinen Ärger, der mir dann unterstellt hätte, ich würde Bundestagswahlkampf im Bayerischen Landtag machen, was natürlich völlig absurd ist, zum einen deshalb, weil es bei der Maskenpflicht an bayerischen Schulen originär um eine Kompetenz des Bayerischen Kultusministeriums geht, in dem wir den Minister stellen. Das wird in anderen Bundesländern längst so gemacht, wie wir Freien wieder das gerne hätten, so dass es also wirklich nach gerade Absurd ist zu sagen, das wäre jetzt bundespolitisch, das ist Landespolitik, das ist unsere Kernkompetenz und wir werden es uns als Freier Wähler auch nicht verbieten lassen, uns dazu zu äußern, insbesondere in der Zuständigkeit unserer eigenen Ressorts. Und zum anderen hat auch Thomas Kreuzer, den ich sehr schätze, dann ein Argument gemacht, das ich bei Markus Blume schon mal gehört habe und wo es mir wirklich immer die Fingernägel aufstellt, nicht nur als Politiker, sondern auch als Politikwissenschaftler, wenn dann immer gesagt wird, die Freien Wähler würden mit ihrer Bundestagskandidatur das bürgerliche Lager spalten, ganz ehrlich, wenn Menschen, die früher die CSU gewählt haben, jetzt die Freien Wähler wählen, also eine andere bürgerliche Gruppierung, dann spaltet es vielleicht die CSU, aber ganz sicher nicht unsere Demokratie. Vielmehr ist es so, dass Zweitstimmen für die CSU, weil sie ja die Direktmandate, ohne dies Gewinn von den Erststimmen lebt, vielleicht unverwertete Stimmen sind aus bayerischer Sicht für das bürgerliche Lager, ganz sicher aber nicht Stimmen für die Freien Wähler. Und deshalb ist mir da, wie ich finde, durchaus zu Recht etwas der Kragen geplatzt. Ich wollte schon das klare Signal in meiner Zuständigkeit als parlamentarischer Geschäftsführer aussenden, das Parlament ist der demokratisch legitimierte Souverän, das Parlament entscheidet über die großen Linien der Politik in Bayern und die Exekutive, so ist das nun einmal in der Gewaltenteilung, die Staatsregierung, die führt das aus, was das Parlament beschließt und dann ist auch der Mut angebracht, dann ist auch der Mut richtig als Parlament, wenn man einiges unter den Regierungsfraktionen, Dinge zu beschließen und nicht nur nachzufragen, ob das denn im Sinne der Exekutive wäre. Das war, wenn du so willst, lieber Andrea, mein Ärger dieser Woche. Deshalb die ein oder andere Medienberichterstattung über diese Diskussion immer noch bei unserer Koalition. Ich sage aber auch ganz deutlich, davon lebt Politik, davon lebt Demokratie. Zwei Koalitionspartner, vielleicht muss man sich in Bayern wieder ein bisschen dran gewöhnen nach all den Jahrzehnten der Alleinherrschaft, die sich wechselseitig befruchten, die auch einmal miteinander ringen um das Beste für das Land. Das ist genau richtig, das ist überall anders Standard. Ja und jetzt ist es halt mit selbstbewussten Freien Wählern als Partner und im Vier-Augen-Prinzip in der Staatsregierung auch wieder in Bayern so. Das ist nichts Schlimmes, das ist gut für unser Land, für unsere Menschen und es ist auch gut für die Kinder in unseren Schulen, das ist auch gut für die Kunst- und Kulturschaffenden. Wir Freien Wähler werden auf jeden Fall dranbleiben und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Dinge, die wir diese Woche schon bewegen wollten, dann spätestens nächste Woche von der Staatsregierung auch in unserem Sinne bewegt werden. So viel, liebe Andrea, zu deiner Frage. Wenn ihr hier eine Frage habt, dann hoffentlich wieder zu einem weniger ärgerlichen und einem eher schöneren Thema. Dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren oder schreibt mir eine Mail, dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn es dann wieder heißt, frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion Frag Fabian 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 Frag Fabian